Details von Prinz Harrys Reisen nach Großbritannien wurden enthüllt, von Archies Geburtstag bis zum Besuch bei Charles. Prinz Harry und Meghan Markle werden voraussichtlich nächsten Monat wieder in Großbritannien sein, wobei auch über die Frage nachgedacht wird, ob sie ihre Kinder mitbringen. Berichten zufolge planen Prinz Harry und Meghan Markle, im Mai mindestens eine Woche in Großbritannien zu verbringen. Das Bar soll zur Feier zum 10. Jahrestag der Invictus Games in der St. Pauls Cathedral einfliegen. Der Termin für den Gottesdienst ist der 8. Mai, nur zwei Tage nachdem ihr Sohn Prinz Archie seinen fünften Geburtstag feiern soll. Es ist jedoch nicht bekannt, ob er und seine kleine Schwester Prinzessin Lilibet ihre Eltern begleiten werden. Einem Insider zufolge hatten die Sussexes geplant, am 7. Mai nach Großbritannien zu reisen und an einem geheimen Ort zu bleiben, um hoffentlich einige Zeit mit ihrer Großfamilie zu verbringen, bevor sie nach Kalifornien zurückkehrten. Eine Quelle sagte dem New Magazine, Harry und Meghan planen am 6. Mai eine fünfte Geburtstagsfeier für Archie in ihrem Haus in Montecito und wollten dann am nächsten Tag mit einem Privatjet nach Großbritannien fliegen. Punkt. Sie wollten am Jubiläumsgottesdienst teilnehmen und anschließend noch ein paar Tage in Großbritannien verbringen, damit die Kinder Mitglieder von Harrys Familie treffen konnten. Punkt. Der Herzog von Sussex soll besonders an der Wiedervereinigung mit seiner Familie interessiert sein, nachdem bekannt wurde, dass König Charles und Prinzessin Kate beide an Krebs leiden. Harry hat sich im Namen von ihm und Meghan privat an Karte gewandt und beide sind trotz früherer Spannungen innerhalb der Familie sehr verärgert über die jüngsten Diagnosen. Die Quelle fuhr fort, Harry würde es begrüßen, wenn Archie und Lilibet eine bessere Beziehung zu ihren Cousins oder sogar den Kindern einiger seiner Freunde hätten. Punkt. Er hat das Gefühl, dass sie viel zu lange nicht im Vereinigten Königreich waren und möchte hier anfangen, sich ein Leben aufzubauen. Nicht Vollzeit, aber ein zweites Zuhause, das sie regelmäßig besuchen können. Die Aussicht, mehr Zeit in Großbritannien zu verbringen, könnte für Meghan jedoch schwieriger sein, da sie verständlicherweise einen angstgeladenen Besuch in England vermeiden möchte, bei dem sie das Gefühl hat, nicht erwünscht zu sein. Die Herzogin von Sussex war seit September 2022 nicht mehr im Vereinigten Königreich, als sie zusammen mit dem Rest der Royals an der Beerdigung von Königin Elisabeth II. Teilnahme.Harris und Meghans Tochter Lilibet hat Großbritannien seit ihrer Geburt im Juni 2021, als ihre Eltern sie zum ersten und einzigen Mal zu einem Treffen mit der verstorbenen Königin Elisabeth zum Platin-Jubiläum mitbrachten, nur einmal in Großbritannien besucht. Während Harry möchte, dass seine Frau an seiner Seite ist, um ihn in einer schwierigen Zeit für seine Familie zu unterstützen, hat Meghan wachsende Ängste um die Sicherheit von ihr und ihren Kindern in Großbritannien, behauptete die Quelle. Sie sagten, jetzt ist der Punkt erreicht, an dem Meghan nicht mehr mit den Kindern nach Großbritannien kommen will. Sie fühlt sich einfach nicht sicher. Die Situation dreht sich jetzt darum, ob die Familie mit erhöhter Sicherheit kommen soll oder Harry gehen soll. Es allein Ich glaube nicht, dass er liegt, dass er natürlich wichtig ist, bei der Frau erwidern kann Gott datasets. Sie fühlt sich einfach um ihn auf keinen Fall